Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video bei der Einzelspiel-Kampagne. Jetzt sind wir bei den US Army Rangers. Norad Hauptquartier für alle Freunde von Stargate. Norad Shale Mountain Complex. Stereilstation, wir haben noch ein paar Phantompunkte. Over. Zulu X-Rail 6. In diesem Bereich werden etwa 100 Feinde angezeigt. Negativstation, alles Beste. Ich weiß leider auch nicht. Sonneninterferenz, starke Sonnenfleckenaktivitäten heute. Sierra Delta, wir haben hier vielleicht ein kleines ACS-Problem. Sehen Sie irgendwelche Feinde. Over. Sie sind überall. Sierra Delta, wiederholen Sie. Ich sehe Kopfscher über der I-95. Wie teuer sind Sie durchgekommen? Bereithalten, kontaktieren die nächsten Einheiten in diesem Bereich. Verstehe, hier Station Foley, 1. Bataillon, 75. Radar-Regiment. Befehlt haben der Commander von Hunter 2.1. Hören Sie mich? Over. An alle Stationen. Achtung, Satellitenüberwachung wurde deaktiviert. Geräuschüberwachungssystem zurzeit nicht einsatzbereit. Ja, damit wäre Amerika im Ausnahmezustand. Also, ich freue mich, dass ihr zuschaut bei der nächsten Mission, Wolverines. Ja, da sehen wir die Invasion der Russen. Sie hat bereits begonnen. Korbler Done. Und... Private Rest. Raus hier, raus hier! Diese Mission ist in der Spec Ops von als großer Bruder. Sie beginnt allerdings ein bisschen anders. Sie beginnt dann hier. Ich sehe da auch meine Abflugstelle. Da ist das noch runtergegangen. Rücken 6, Ramirez, da kann auch keine einsetzen. Dann Magen Steckung geben. Oh, die Gast habe ich nicht ganz erwischt. Was ist denn hier los? Das Haken ist auf einmal so... Das ist ärgerlich. Boah! Das hält sie am Haken. Wuhu! Der kriegt mal Aggressionen. Pack los! Ich muss die anderen einfach vormarschieren. Gehen sie uns? Wie kommen die da hin? Okay, weiter geht's. Oh, nehmen wir auch mal die Schrottflinte her. Lauf die Schrottflinte! Lauf! 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 Lauf, schrottelauf! Lauf, lauf, lauf! du wollten hier tanken oder was neue luft für ihre reifen kriegen die auch nicht hier falsche ordentlich zu verstecken bastard ihr solltet nicht in das gebiet einringen wo ich wache schiebe echt fatal ich glaube da war gerade noch jemand kacken muss eben gesagt woher ich gehe mal kacken na egal kabooom guck mal mal hier hin aufs dach soll ich aha ladies sorry meine maus ich bin ein bisschen also das geschützt mal wieder online bringen uns weiß mal die thema sicht hier tschüss aufnehmen für den falle eines falles eine claymore denn game war kommt immer gut ja 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 Das Geschütze wird einiges aufhalten. Wow! Oh, nett. Wow! Drohnenschützer. Das sind drei Drohnen. 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 Das ist drei Drohnen. Das ist drei Drohnen. Das sind vier Drohnen.